angeblich jetzt hab ich doch fünf dort also ich verstehe es nicht lassen wir hier schafe drinnen ich hab keinen schon mal ich weiß es nicht ist irgendwie packe habe ich das gefühl wenn der arbeitet habe ich das gefühl dass du dir alle schlachtet 138 steine wieder mal und hier ist auch wieder ein kindchen drin so sechs studenten die futtern mir zu wenig jetzt hat ich immer das gefühl gehabt das problem gehabt dass sie zu viel gefordert haben und jetzt so ist das so ist das acht steine hallo geht der mit euch ja ab eigentlich bräuchte ich hier so ein bisschen her so steinweg vielleicht schon ein bisschen ja bis bis ach so ok mach mal fünf fachig schwindisch geld ne und macht da jemand hier aus klopf 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 ja da vielleicht auch nicht der ne da nicht da nicht da nicht da ha irgendwie wird hier nicht das gebaut was gebaut ah da hat der herter steine gerade wo war das fisch war glaube ich fisch hm das voll 50 klamotten auf einmal krass so hat hier nichts zu tun hat er kein scharf hm oh schau ne ist er schmied ähm boah da ist keiner den weg weiter hallo fünffachig wünsche gewissen passiert nichts es macht niemand ich dachte eigentlich das labore das machen hm merkwürdig hm ich speich jetzt wieder meine speich, 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 speich hm 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 naja ich wollte eigentlich nochmal das mini weg ausbühren ob das was was sehe ich dann eigentlich hier ausbühren oh ooooh da kommt jemand da kommt jemand ufff hey was sieht das aus mach doch lieber mal die kleineren Felder hey hm oh irgendwo drin geklickt hab ich jetzt irgendwo drauf geklackt wo ich jetzt nicht hin wollte äh ne hm ähm den Weg baut kein Mensch niemand hm oh ok was warum kann ich nicht ran so um mich für dieses Bild sehen sieht aber aus wie eine Kuh ne ok ich kaufe schon mal 200 davon jetzt wir ein Stück davon ähm hm so perfekt ja sieht aus wie eine Kür perfekt ähm machen wir mal hier ein Schafding draus mu 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 7 perfekt wenn die voll wären hoffentlich gehen die dann auch hier rüber ich hoffe es ansonsten wie 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 das machen muss ja irgendwie sich aufteilen komm die 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 Felder teilen sich ja so unlogisch manchmal auch klug auf aber aber diese Dinger nicht diese umsch ja ne ne oh warte 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 ich will ordern schicken Schafe Schickens oh 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 ok das ist ein Mensch Hühner das sind dann Schicken 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 Schickens hm äh äh ja das könnte jetzt peinlich sein so hier tun wir mal äh hier kann da seine äh Schafe nehmen dann die ich dann irgendwann mal später kauf hole so erstmal müssen wir wieder zu gut viel herangebracht werden hm 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 achst du denn ok was ist denn hier los der Weg ist man macht ihm mal den Weg verstehe ich nicht so dass erlaubt macht das der Labor vielleicht äh die da Bilder von dort aus müsste der anfallen äh äh na du nicht du 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 mal hier so so Spitzhacken in der Hand ah oh ein Bilder macht das ok ich dachte das macht eigentlich ein normaler Labor oh ok das erklärt das einiges hm jetzt haben wir dann auch echt hier genügend hm ich bräuchte mehr Kühe eigentlich ne nur wo damit hin ne nice Gatter oder scharf und größeres ich könnte ja hier noch Kühe hinbauen also Rinder und dann hier unten dann irgendwo Schafe na ja ja ich bin gewohnt dass sie es nicht geschafft haben ich bin echt gewohnt aber gut über die Grenze gekommen ne guck mal die Nahrung krass also will ich das haben ne ist der Weg immer noch nicht komplett wir haben 5 Fahrer Geschwindigkeit hallo kann ich euer Ernst sein das kann nicht euer Ernst sein ne ja ähm fahr mal so in der Mine 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 okay so lass die denn eigentlich mal ein Jahr mal dort veterans in der Mine so ein Gatter Gatter ja ich hab ja noch so Platz ist ärgerlich hab ich hier vielleicht Platz dahinter ne nur ach das kurz im Feld wie groß ist denn das ding hier es ist 12 mal 14 also ja gut ich habe viel verbraucht dann ist es 12 mal 14 da von riesiges schaffeld so eine brücke bauen wir hier mal drüber oder auch nicht geht denn das nicht da geht's was ok moment frühling mal dieses feld diese umwege dass das schiff hier machen müssen ist krass warte mal ich guck mal ob der das auch wirklich hier drüber macht hier so von da rüber schon und von da rüber dort rüber und nicht eigentlich manchmal muss das mal ausprobieren dann macht er das doch moment ich brauche so ein zwischenstück na ja gut da nicht ich will das ausprobieren wo kommen wir denn das am besten hier vielleicht war es so ein scheiß map falls ich dachte ich komme gerade gar nicht hoch mit ende so ungefähr ist ja mies ich glaube da muss ich hier aufhören das ist hier so ein eck wo es dann hier rüber geht so ist denn hier rüber oder links links so machen wir das wie jetzt ist es berg das kann hier wahr sein scheiß berg scheiß berg krasse es ist hier los in neuen typen in der mine und die verpacken nicht mal ein bisserl eisen hervorzubringen und hier haben wir echt zu viel von diesen leder gelumpen anscheinend leder 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 kommt das alles rein hier und hier haben wir alles voll ne ja ich glaube auch es ist es es ist es ist es ist es ist